Nachdem ich am Eröffnungstag der Dachterrasse auf dem Humboldt-Forum live von dort gestreamt habe, nun also noch ein bearbeitetes, bei besserem Wetter aufgenommenes Video. Diesmal gehe ich mehr auf die Dachterrasse selber ein und die von hier aus zu sehenden Gebäude nenne ich nur kurz. Zunächst noch ein Hinweis, inzwischen benötigt man ein Zeitfensterticket, wenn man auf die Dachterrasse möchte. Am besten bucht man diese rechtzeitig vorher online. Wenn man den Fahrstuhl oben verlässt, hat man zunächst einen Blick nach Osten. Zu sehen sind Berlins zweitälteste Kirche, die Marienkirche, der Fernsehturm, dahinter das Hotelpark in am Alexanderplatz. Es folgt rechts das Rote Rathaus. Schaut man sich um, kommt die Kuppel in den Blick. Ursprünglich beim Bundestagsbeschluss zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses war sie noch nicht vorgesehen, wurde aber später mit errichtet, ohne dass dies groß zur Diskussion gestellt wurde. Seitdem gibt es verstärkt Diskussionen um das Kreuz und das wieder angebrachte Bibelzitat, das von König Friedrich Wilhelm IV. persönlich aus zwei Bibelstellen verfasst wurde. Fest davon überzeugt, seine Königswürde von Gottes Gnaden erhalten zu haben, wollte er damit das alte Herrschaftssystem gegen die Forderungen nach einer Demokratisierung verteidigen. Das Zitat lautet, Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zu Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Auf die konträren Diskussionen will ich hier nicht weiter eingehen, aber es soll wohl eine Tafel aufgestellt werden, dass sich alle Institutionen des Humboldt-Forums ausdrücklich von dem im Zitat zum Ausdruck gebrachten Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums distanzieren. Unter der Kuppel befand sich damals die Schlosskapelle, nun ein Ausstellungsbereich des Museums für asiatische Kunst, der aber erst nächstes Jahr zugänglich sein wird. Der nächste Blick geht zum Gründungspunkt Berlins. Zu sehen ist die Doppelspitze der Nikolai-Kirche, Berlins ältester Kirche, dahinter der Turm vom Stadthaus. Unter uns der neue Marstall, in dem die kaiserlichen Pferde, Kutschen und Schlitten untergebracht waren. Nach dem Krieg vereinfacht wieder aufgebaut, ist er jetzt Standort der Hochschule für Musik, Hans Eisler. Es folgt das ehemalige Staatsratsgebäude, langjähriger Dienstsitz von Walter Ulbricht und Erich Honecker. Seit 2006 genutzt von der European School of Management and Technology, einer privaten Managerschule. Eines der sieben Kunst- und Bauobjekte des Humboldt-Forums ist auf der Dachterresse zu finden. Die Gestaltung der Wand des Aufzugs-Maschinenhauses stammt von Antje Schiffers und Thomas Sprenger und stellt die Silhouette von Mexiko-Stadt, der Partnerstadt Berlins dar. Der Titel Insorentes Sur nimmt Bezug auf die 28,8 Kilometer lange Hauptstraße der mexikanischen Hauptstadt, die Avenida de los Insorentes, die Allee der Aufständischen. Das Bild soll ein Zeichen der Verbundenheit Berlins mit Lateinamerika darstellen und auf Alexander von Humboldts Reisen sowie auf die Sammlung des Ethnologischen Museums verweisen. Eigenwillige Lichtmasten gibt es hier oben auch. Es folgt ein Blick nach Westen in die untergehende Sonne. Unten zu sehen das Auswärtige Amt, das Eck von der Bauakademie. Dahinter die Spitzchen der Friedrich-Werder-Schen Kirche. Wiederum dahinter der Gendarmenmarkt mit den Zwillingstürmen und ganz hinten der Potsdamer Platz. Weiter rechts hinten ist gerade eben die Glaskuppel des Reichstags zu erkennen und dann das Weiß-Schwarz-Internationale Handelszentrum zu DDR-Zeiten von einer japanischen Firma errichtet. Ich finde, es steht irgendwie im Wege, wenn man über Berlin schaut. Unter uns das rosafarbene Gebäude ist das Deutsche Historische Museum, ehemals preußisches Waffenarsenal. Dann gen Norden die Museumsinsel mit ihren fünf Museumsbauten und der Berliner Dom, dessen Glocken geradezu vernähen sind. Es ist angenehm hier auf der 1800 Quadratmeter großen Dachterrasse, da aus Sicherheitsgründen immer nur 400 Menschen gleichzeitig erlaubt sind, hat man hier viel Platz und kann sich entspannt umschauen. Ähnlich wie auf der Dachterrasse des Reichstags, mit rundum-Panoramablick, viel Raum im Freien, nur benötigt man hier keine namentliche Anmeldung und keinen Sicherheitscheck. Der Blick ins Foyer kann allerdings nicht mit dem Blick in den Plenarsaal des Bundestages mithalten und eine begehbare Kuppel fehlt auch. Die Öffnungszeiten sind recht lang, freitags und samtags von 10 bis 22 Uhr, die anderen Tage von 10 bis 20 Uhr, nur am Dienstag ist Ruhetag. Das Restaurant Barret hat bis Mitternacht geöffnet. Das Dachrestaurant als flacher, aber von Weitem sichtbarer Pavillon neben der Kuppel war übrigens zunächst gar nicht vorgesehen. Aber die zwei Dachaufbauten der großen Aufzugsmaschinenhäuser seitlich der zentralen Treppenhalle führten zu Überlegungen, wie eine Verkleidung bzw. Umbauung gelingen könnte. Schließlich kam man auf die Idee mit dem Restaurant und beauftragte hierfür erneut Franco Stella. Stella war sehr überrascht, welche Flächen für die Haustechnik im Humboldt-Forum benötigt werden. 8000 Quadratmeter im Untergeschoss und ebenfalls 8000 Quadratmeter im Dachgeschoss umlaufen fast alle Flächen ausfüllend. Die Kosten für die Technik nahmen rund 30 Prozent des Gesamtbudgets ein. Benannt ist das Restaurant übrigens nach der französischen Forscherin und Botanikerin Jeanne Barré. Sie war Mitglied einer Expedition, die zwischen 1766 und 1769 den Südpazifik erforschte. Sie gilt als erste Frau, die die Welt umsegelt hat. Im Jahre 1740, als Friedrich II. Dirigentschaft übernahm, wurde Jeanne Barré als Tochter eines Tagelöhners in einem kleinen französischen Dorf geboren. Schlechte Voraussetzung für ein ungewöhnliches Leben. Aber sie lernt in ihrer Jugend viel über Heilkräuter und mit etwa 20 Jahren wird sie Haushälterin bei dem zwölf Jahre älteren, verwitweten, hoch angesehene Naturforscher Philibert Commerzant. Aus den beiden wird wohl ein Paar, wenn auch wegen der Standesunterschiede, nur heimlich. Commerzant wird eingeladen, im Auftrag von König Ludwig XV. die erste französische Weltumseglung zu begleiten. Da Frauen auf Schiffen bei der französischen Marine grundsätzlich verboten sind, verkleidet Barré sich als Mann. Aus Jeanne wird Jean, der Diener und Assistent Commerzants. Zwei Jahre geht es um die Welt, bis ihre Tarnung aufliegt. Der Leiter der Expedition, Louis de Bougang-V, vermerkt in seinem Logbuch, dass die indigene Bevölkerung auf Tahiti sie sofort als Frau erkannt habe. Auf Mauritius trennen sich der kränkelte Commerzant und Barré von der Expedition und bleiben zur näheren Erforschung der Insel fast fünf Jahre dort, wo sie mehr als 6000 Pflanzenarten sammeln, die sich heute im Museum National d'Histoire Naturelle befinden. 1773 verstirbt Commerzant und Barré kehrt nach Paris zurück. Während mehr als 70 Pflanzen und Insekten nach Commerzant benannt wurden und die heute weltbekannten Bougang-V-Elt-Arten nach dem Kommandanten der Expedition getauft wurden, erhielt Barré erst 2012 eine solche Ehrung. Ein neu entdecktes Nachtschattengewächs wurde auf ihren Namen benannt. Und nun noch ein Restaurant. Die ersten Restaurantkritiken sind übrigens sehr verheiflungsvoll. Im Eingangsbereich zum Restaurant ist wiederum eine historische Spur des Palastes der Republik zu finden. Wenn ich auf Reisen bin, schaue ich mir Städte gerne zunächst einmal von oben an. Und in Berlin bin ich auch zu fast allen Aussichtspunkten hinaufgestiegen oder gefahren. Von denen gibt es zahlreiche. Den Lockenturm am Olympiastadion, den Grunewaldturm, den Funkturm, die Siegessäule, den Panoramapunkt am Potsdamer Platz, die Reichstagskuppel, den Französischen und Berliner Dom, sowie viele weitere Kirchtürme, den Fernsehturm, das Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg und den Müggelturm. Es lohnt sich, jeden dieser Aussichtspunkte mindestens einmal zu besuchen. Mit der Dachterrasse auf dem Humboldt-Forum ist ein weiterer attraktiver Aussichtsbereich hinzugekommen, der sicherlich schnell zu den am meisten Besuchten gehören wird. Viel Spaß dabei! Vielen Dank!